Der Zwischenstand am Kaufhof Marienplatz ist unfassbar. Die Polizei hat einen Kessel gemacht, die lässt die Menschen. Hier sind Touristen, ganz normale Fußgänger. Die Polizei lässt die Menschen nicht mehr in die U-Bahn und lässt die Menschen nicht mehr raus, egal wo. Es sind tausende von Menschen gefangen. Normale Menschen, die hier einkaufen und shoppen gehen. Unfassbar! Ich hätte nie gedacht, dass die Polizei willkürlich eine große Gruppe kesselt, egal wer sie sind. Ich möchte jetzt nur nichts so draufhalten, weil hier eben ganz normale Touristen sind und Leute, die hier wohnen und einkaufen. Wahnsinn! Ich hätte nie gedacht, dass tausende von Menschen hier in diesem Kessel von allen Zeiten abgesperrt wurden. Da haben die Touristen was zu erzählen, wie es da in Münzen so abgeht, dass sie eingesperrt wurden von so Polizisten mit schwarzen Hauben und so. Mit Schlagstöcken. Da können sie erzählen, dass das in Deutschland schon eine Diktatur ist und dass es hier aussieht, wie in einer Diktatur Menschen eingepergt werden. Das können sie dann erzählen, wenn sie nach Hause kommen. Also, ich bin ja immer wieder mal zu entsetzen. Hätte ich nie gedacht, dass sie das wirklich liefern. Nie, nie hätte ich das gedacht. Müsste es leider mich angucken, weil ich kann halt mich auf Leute halten, die da einfach so in der Stadt waren und nicht spazieren gehen wollten, weil es ist halt blöd. Mas gerne mal. Wie finde ich das wichtig, dass sie sich für die Region die Kamera einrelang die amажendenahreren. Wie k busca und werkt er Thenkau. Vielen Dank.